Weißt du, warum die Phönix auf der rechten Hand des Kaisers sitzt? Sie ist sein Wächter, sein Beschützer. Sie ist sowohl schön als auch stark. Es ist an dir, Ehre für die Familie zu bringen. Traust du dir das zu? Bürger, Eindringlinge aus dem Norden greifen uns an. Ihr Anführer nennt sich Boriccan. Kämpft an der Seite einer Hexe. Keine Überlebenden. Auf Erlass seiner kaiserlichen Majestät ist jede Familie verpflichtet, einen Mann in den Kampf zu schicken. Hast du keinen Sohn? Ich bin mit zwei Töchtern gesegnet. Ich werde kämpfen. Wir müssen stark sein. Diesmal wird er nicht zurückkehren. Loyal, mutig und aufrichtig. Es ist meine Pflicht, meine Familie zu beschützen. Ur-Armen. Bitte beschützt. Wie heißt du, Soldat? Hua Jun, Sohn von Hua Zhou. Wir machen aus euch Männer, aus jedem Einzelnen von euch. Schließ das Tor! Dein Wille ist offenkundig. Aber etwas hält dich zurück. Wenn sie herausfinden, wer du bist, werden sie kein Erbarmen mit dir haben. Ich bin Hua Mulan. Ich bringe Ehren für das Haus. Mulan.